Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Ihr seht es schon, ich habe extrem viel Level gefahren. Wir haben 66 Level. Aber bevor wir jetzt zurückgehen und unsere Rüstung verbessern, möchte ich erstmal hier unsere Waffen machen. Dafür brauche ich die 9x39mm Bullets. Und davon machen wir uns mal auf 2 Stacks. So, und jetzt brauchen wir die 20RND9XED. Dafür brauche ich die Steel Plates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 machen wir mal. Und so, 1, 2, ok, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt ist die Frage, wie befüllen wir das? Befüllen wir das so? Weil, hier ist ja jetzt noch nichts drin. Ähm, gucken wir mal gerade eben. Ähm, okay, ich muss mal kurz in die Options gehen. Ähm, Control. Ähm, hm, hm. T-t-t-t-t-tum. Gameplay. Industrial Craft 2. Inventor. Just enough items. Mechism. 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 Modern Warfare. Barrel. Change. Down. Reload. Gun. Backslash. Backslash. Okay. Aber warum? Also, auf jeden Fall hat er sie jetzt geladen. Jetzt haue ich mal hier gerade eben ein Schaf um. So. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Und reloaden nochmal. Okay. Null. Okay. Ähm. Möglicherweise. Wenn wir jetzt hier das machen. Okay, da kümmere ich mich in der nächsten Folge drum. Da gucke ich mir ein Tutorial dazu an. Ähm. Äh. Die können wir allerdings jetzt erstmal hier alles hoch packen. Weil wir müssen ja immer noch unsere, äh, Schuhe und unsere Hose verzaubern. Ähm. Nicht verzaubern. Upgraden. Hier. Und. So. Die packen wir jetzt auch nochmal gerade eben unten rein. Ein Moment. Ja. Ja. Warte kurz. So. Ich muss nochmal kurz hoch. Äh. Wir sehen uns in einem kurzen Cut. Ja. 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 Ja.